Joseph Darkness! Schlüssel, genau. Aufpassen auf die eine Schlange, die man nicht wegdrehen darf. Ich schalte einen nur den Weg. Haben wir einen blauen Edelstein? Ja, wir haben einen blauen Edelstein. Mann, was ist ich? Danke schön, wünsche ich dir auch guten Hunger. Achso, irgend ne Kristall von de lape brauchen wir. Ich habe mich gerade gewundert, warum wir nicht machen konnten. Weil wir haben doch den gelben Edelstein. Aber wir waren ja noch gar nicht in Zelleb. Aber Cortex können wir glaube ich trotzdem holen. Aber nicht alle Kisten. Alles seht ich hier schon? Ich weiß es nicht. Komm, komm. Wupp, wupp. Sad, wie weird. Wupp, 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 wupp. Le? Was hat hier so... Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass das wieder zurück... Zurück fährt. Ah ne, jetzt gleich kommt glaube ich das... Mit Cortex. Okay, der in den ersten Kopf hätten wir wollen. Auch Pornal gibt es ja auch noch. Ja gut, der... Bäh. So schnell... It's so fast. Es ist so fast. Nee. Ich glaube, wir müssen dann nämlich nicht zurückgehen. The Great Hall! Das ist ein super tolles Level. Ich liebe The Great Hall. Nein, ich will keine Maske haben. Oh, komm! Entschuldigung! Jetzt muss ich auch mal was trinken hier. Ist gut, Crash. Wir wissen, dass du durch bist. So, weiter. Aber ich meine, wir müssen nicht zurück. Ich geh jetzt das Riesenchor einfach mal rein. Ich geh jetzt das Riesenchor einfach mal rein. Ah! Pium 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 Pium! Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Geh! Ich bin jetzt hier. Oh, nein! Ah, du bist die Schlange. Ich frage mich, ob heute vielleicht wieder jemand eine Playstation 4 bei dir gewinnen will. Tja, das frage ich mich auch, aber ich hoffe nicht. Ach man, das ist so dumm mit dem Springen hier. Das kotzt mich echt an. So, hier muss man jetzt irgendwo wieder nach links laufen. Ja, da. Ne, wo? Hier? Springen oder? Das ist, glaube ich, egal. Okay. Kann man die Köpfe eigentlich auch wegdrehen oder kann man nur Leben wegdrehen? Dum 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 dum. Dum dum. Wann ist die Nürnverlosung für die Blaise 4? Die gibt's nicht. Kannst du irgendwo anders mitmachen. Aber bei mir nicht. So, was habe ich da eben falsch gemacht? Habe ich mich vermessen? Flipp, 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 flipp. Hm. Ach, ich glaube, ich muss erst den unteren machen. Das Pläne ging in dem Bonus bestimmt meine 10 Minuten. Boah. Boah, das weiß ich nicht, wie lange das mit der Verlosung her ist. Aber zwei Jahre bestimmt. Ach. Es ist doch dumm. Es war sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Das war wunderschön. Oh. Ich könnte mir in meinen Popo beißen. Ich muss erst über die eine drüber springen. Okay. Warum bist du nicht gesprungen? Du bist so ein dummer Bastard, ey. Es kann doch einfach nicht sein. Diese dumme Scheiß-Kollisions-Fickerei. Das ist genau das gleiche mit der Akku-Maske. Du stehst auf den Kisten drauf. Gut, okay. Ich stehe jetzt mit der Akku-Maske auf der Kiste drauf. Ah, ich muss ja kaputt gehen. Ja, so ist das nämlich. Was meinst du mit Diversion? Also hier das Spiel. Ich darf nicht nach unten springen. Ich muss direkt da auf die Kiste wieder zurück. Oh ja. Spyro. Das wird so geil. Das wird so geil. Schau mir da die Scheiße. Das ist so ein Drecksgame. Ah, hallo Pascal. Das war Glück. Zweimal. Zweimal. Was ist da falsch an der Kiste? was ist da falsch an der Kiste? Was ist da falsch an der Kiste? Fufu-Kopf, nein. Ich bin kein Fufu-Kopf.